Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gregtag New Horizons und zwar schon zur dritten Folge. Jo, viel Spaß mit dem Video. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Tinkers Construct angefangen und ich habe hier schon mal ein Coke Oven gebaut. Und mal schauen, wie es heute weitergeht, ne? Für Lava brauchen wir halt die Eisenheimen. Ja, den einen, der eine ist, glaube ich, von mir. So, einen Cokelet Bar habe ich von deinem bekommen. Das muss ich vergeben. Farbe, yay! Juhu, noch mehr Farbe. Noch mehr Farbe. Ja, dann claim ich mir den Upset. Das hätten wir ja machen können. Ja, Eisen hätten wir ja in so eine Eisenspitze machen können. Ja, ja, schon. Uff, als nächstes 72 Eisenheimen jetzt. Über halt andere Dinge. Allerlei Erzefarmen. Ja, aber ist wichtig. Das ist richtig. Wait a moment. Nö, nö, das ist nicht dein Ernst, oder? Ach komm, leck mich doch. Ich habe keinen Bock, das ist doch scheiße. Das ist doch dämlich. Alter. Was bist du denn für eine Spinnen, ey? Ich habe gerade meinen Reward verkackt, ich hasse es. Okay. Mann! Nee, ich watsch nicht. Oh, Mann, ey. Das gibt es denn nicht. Ich habe ein Spinnen-Spawn-Eck mitgekommen. Small Iron War, ey. Es gibt zwei Erz... Es gibt Impor Pile of Iron Dust. Daraus kann ich doch eigentlich schmelzen. Impor Pile of Iron Dust. Was ist das hier? Impor... Of Stone Dust. Ja, okay. Hab gleich... Hab halt die gleiche Textur, ey. Und gib mir Hoffnung. Also ich habe hier auch eine ganz... Also ich habe hier... Ich habe hier irgendwie... Keine Ahnung, magnetisches Eisen. Ich habe... Rough Iron Ingot. Robiled Breast Ingot. Molybium Ingot. Zink Ingot. Tin und was auch immer alles. Oh Gott. Oh Gott. Schnell raus hier. Oh Gott. Ich habe den... Oh Gott. Schnell weg hier. Ey, ey, ey. Oh nein. Er hat mich gewonettet. By Greg Tag Arrow. Oh Mann. Hab ich erst... Oh Gott. Der hat mich gerade so erschreckt. Ein blauer Creeper. So was habe ich noch nie gesehen. Nein. Der... Der Mörder. Aua. Oh, ich habe ihn umgebracht. Oh. Oh. Oh, der hat mich gerade so erschrocken. Alter, das war ja mal wie... Diese Creeper und Zombies und... Ah, die wollen mich verarschen, ey. Jo. Der Raum ist leer. Nein. Oh. Die Kiste ist voll mit Stuff. Da muss ich ran. Ist das... Garnet. Asbestos. Asbest. Weil... Asbest. Ja, das habe ich mir schlimmer gewünscht. In Minecraft. Ja, ja. In Minecraft. In Enderman. In Enderman. In Enderman. Er hat mir einen Schneeball getworpt. Vielen Dank. Danke für einen Schneeball, ey. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Von einem Enderman. Aber weiß, aber... Muss es ein Schneeball sein? Ja. Ach, aus Magnetät kann man Eisen machen. Ich habe auch Eisen, aber es ist magnetisches Eisen irgendwie. Hier ist Magnetät. Doch, Magnetät ist Eisen. Das haben wir überall Eisen. Ganz viel Magnetät. Eine riesige Wayne. Oh mein Gott, ist das viel. Ach nee, das ist Kohleerz. Jetzt mache ich hier Kohle. Ja, genau. Genau, du musst Kohleerz schmelzen, um Kohle zu kriegen. Ja, okay. Ja, okay. What the hell, ey. Ja, moin, ey. Was ist das denn? Ich glaube... Ach ja. Ich habe zehn auf Zidien. So, Milch ist das so gut. Okay. Ich habe eigentlich nur noch einen fliehenden Stil. Was man hier offensichtlich nicht mit Stahl baut. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon Probezeit. Wir haben Stahl. Wir haben Stahl, also... Aber ich glaube, ich... Außer man baut es mit einem Eisenring oder sowas an. Das ist was anderes. Okay. Man baut es auf jeden Fall nicht normal. Ah, es gibt kleine Magnetiv-Vorkommen und große. Ich brauche einen Stahl-Gear und einen Stahl-Spring-WTF. Ah, okay. Das ist das. So, ich zune es an und es ist... Es funktioniert. Sehr gut. Ja, ich kann der Türen und so hinmachen. Ich gehe einmal rein, um zu schauen. Hm. Ich warte nur darauf, aber Kevin, komm, geht rein. Ihnen sind tot. Okay. Also... Der normale Mod-Nether würde ich nennen. Schöne alte Nether-Wack. Ja, ja, okay. Kannst du schlafen? Jupp. Äh... Unfield-Head right now. Ja, gut. Hä? Ich kann nicht schlafen, hä? Oh Gott! Alter, wie viele Creeper! Was zur Hölle? Ich kann nicht schlafen. You don't have field-Head right now. Blood Moon! Ich muss schnell nach Hause. Ich muss schnell nach Hause. Ja, ich seh den Namen schon. Oh Gott. Stimmt, ja ist ja alles so komisch, hab ich. Schnell nach Hause, oh Gott. Das ist halt der Creeper grad. Der hat sich grad irgendwie inflated. Oh Gott, ich komm schnell nach Hause. Hör zu. Oh shit ey. Okay. Ja. Was sind das? Ich hab sogar einen Minenschach gefunden. Ich hab meinen Card gefunden. Da kann auch Redstone drin sein. Ich bin Spawner schon wieder ey. Alter, warum machst du so viel Schaden? Gelett Spawner. Aber hier ist keine Kiste drin. Lol. Lol. Ich hab hier einfach eine Kiste, die ich so wiki loopen kann. Ne, dann mach ich's zu. Ich hab hier einfach den Nether Dungeon gefunden. Die Nether, die Nether Ebene. Hast du die letzte Ebene von dem Rooklike Dungeon ey. Whetstone Block ey. Easy. Wegen dem Dungeon. Ja gut, ja. Stund. Aber ich kann's nicht abbauen. Nein! Oh mein Gott. Das ist doch mies ey. Ich brauch einen Creeper. Kannst den Creeper äh, claimen. Oh mein Gott, ich hab nicht geschlafen. Nein. Lass mich zurücklaufen. Oh Mann. Hast du das Bett abgebaut wahrscheinlich? Oh fuck. Äh. Achso, wait. Das kann natürlich sein. Viel Wasser. Äh. Okay. Ich hab grad schon Angst. Das war's für heute mit der Folge Drag Tag New Horizons. Schaut bei Gigaclub vorbei. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.